Hallo und willkommen zurück zu Pre-Chill-O-Doc-Spielen! Rocket League! Yes! Was heißt eigentlich, wir verlieren Rocket League? Nein, wir spielen. Wir versuchen Rocket League zu spielen. Das ist schon eine bessere Alternative, die lass ich zählen. Aber irgendwie kriegen wir heute echt nur auf dem... Äh, Chili? Jo. Sehr schön. Oh! Den riech ich, den riech ich, du Hund! Den riechst du? Den Hund, ja. Nee, Schnittkatze. Oder wie auch immer heißt. Ah, hier steht im Chat hier. Eingestiftet im Nordkorea, gar keinen Internet haben, laut ihrem Diktator. Ohhhh. Ohhhh. Ahhhh! Doch, einer hat in Nordkorea Internet. Einer hat! Einer hat! Einer hat! Einer hat! Also einer wird auf jeden Fall in Nordkorea Internet haben. Und das ist... Einer. Einer hat ja auch Kuchen. 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 Zu viel! Bitte! Nein! Bart wird erstmal weggestimmt vom Doktor, genau. Oh! Irgendwie will aber der Scheißbohrle auch nicht ins Tor. Nee, absolut nicht. Zumindest nicht bei uns, ja. Ohhhh! Komm schon! Jetzt war ich dummer. Ein Gedanke und beide verfehlen. Ich glaube, ich habe ihn sogar berührt und nach hinten geschossen. Oh Mann, oh Mann. Ähm. Das liegt an dem Auto bestimmt. Ah, dann machen wir nächste Runde andere Autos. Ja, das Auto hat uns bisher noch nicht so viel Glück gebracht, hä? Ich habe die meisten Spiele mit diesem Auto gewonnen, aber... Ihr halt nicht. Ja. Dafür ist der jetzt. Das gibt's doch nicht. Jetzt aber! Nein! Nein! Was ist denn das? Alter! Echt jetzt? Ich gebe es heute auf. Jetzt aber! Jetzt aber! Der ist drin, der. Ja. Ah, jetzt wäre es ganz bl k alt gewesen, ey. Oh ho 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 ho. Oh man ey. Ja Marie, ich glaube, wir glauben auch die dre organize auch dass die Ball uns heute und das Tor uns nicht so mögen. Das stimmt durchaus, ja. Oh Mann, wie geht dir denn so was? Hast du ja gesehen. So, das glatte, dann kommt er noch mal schön vor und dann zappt noch mal einer dazwischen. Oh, nee. Hässlich. Hat lang gehalten, das Hochgefühl ist unentschieden. Was ist denn um Himmels Willen? Shit doch magisch. Das gibt's doch nicht. Keine Ordnung. Oh, Mann, oh, Mann, was ist das denn heute? Hab ich? Oh, der kommt sogar zu, dem? Oder auch nicht? Scheiße. Ja, nice Vorlage von mir. Ja, kein... Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Sorry. Nichts passiert. Nein! Er verfehlt. Alter, was sind das denn heute für Spiele? Ganz, ganz tolle. Also ich höre so ein bisschen Sarkasmus raus. Was, was, na, na, boh denn? Doktor doch nicht. Sarkasmus. Doktor und Sarkasmus, den kenn ich gar nicht. Was ist denn Sarkasmus? Sarkasmus. Oh, nice. Oh, hab ich. Oh, was ist denn da heute los? Also langsam verzweifle ich auch. So ein bisschen. Oh, jetzt hat er mich weggekickt. Doktor, ich aber nochmal. Und sie treffen. Ja, ja, klar. Bitte, vielleicht. Bitte. Hätte sein können, vielleicht. Achtung, der kommt hässlich. Ja, hab ich. Nice. Ach, der geht nicht. Sorry, Doktor. Ach, nix. Das, pfff, jedes Mal ist der Hund schneller am Ball wie ich. Oh, oh, scheiße. Sorry. Nö, den krieg ich nicht. Sorry, hab ich mich total verletzt. Oh, maan. Was ist denn ein Zöldwarte Chines? Ich hab keine Ahnung, was du jetzt sagen soll. Ein Zeugwart für Chinesen. Jetzt kommt. Das ist so hässlich. Oh, was ist denn das aber auch, Mann? Ehrlich. Hässlich. Das ist wirklich hässlich. Der kommt nochmal mit. Nochmal. Jawohl. Jawohl, sehr schön. Alter. Huiuiui. Okay. Noch eine Minute. Kommt eine Minute, da haben wir noch Zeit. Och, da kommt... Oh, nee. Nein. Egal wie es kommt, das ist scheiße. Wow. Ist der gerade so an mir und Blitzer vorbeigeflogen? Nein. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Nochmal. Probiert nochmal. Na, hab ich nicht gekriegt. Achtung. Nice. Der geht vorbei. Oh. Okay. Ja, ja. Alles gut. Der kommt aber Post wieder. Und wieder. Nein. Sorry. Ey, ich werde hier gerade nur, egal wer es ist. Ob blau, orange. Das ist scheißegal. Hau doch ab. Nein. Ey, mich hättest du es nicht gewundert, hättest du den auch gemacht. Ganz ehrlich. Also, ich glaube, heute ist der Wurm echt drin, hey. Ganz dezent, ja. Kann mir einer sagen, was er will, aber heute ist echt so leicht der Wurm drin. Ja, auch heute haben wir scheiße an den Reifen. Sozusagen, ja. Können wir mal so... Wir brauchen neue Autos, ganz schnell. Ne, ich probier's mit denen weiter. Echt? Ne. Ja. Selbst ich muss jetzt sagen, dass es passt halt nicht mehr. Na gut, dann suche ich mir auch schnell ein neues Auto. Wir haben einfach nicht genügend Fluxkompensator für drei. Ja, das stimmt doch schon aus, das stimmt doch schon aus. Was hattest du denn sonst immer? Sonsten hattest du den hier auch. Nur mit den Schlangen gedöhnt. Ja, egal. Jetzt, Männer, jetzt muss der erste Sieg bei her. Ansonsten hören wir auf und kommen in einer halben Stunde wieder. Oh, das fängt schon hier gut an. Gut, dann mach ich hier gleich Cut. Bis gleich. So, da sind wir zur zweiten Runde. Nach gefühlten zweieinhalb Stunden sind wir wieder da. Und diesmal in neuen Karren. Damit das Glück uns vielleicht auch wieder heilig ist. Holder. Oh, oder auch nicht. Oh, warten wir es mal ab. Es läuft ja erst ein paar Minuten. Oh, war ein schöner Pass von mir auf jeden Fall. Ja, das stimmt durchaus. Oh, den konnte ich nicht kriegen. Oh, wer hat denn? Ich nicht. Aber Doktor hat den. Jetzt hat er aber einen rausgehauen. Oh, jetzt hat er sich das Tor verdient. Wie hat er es nochmal mit dem Glück? Oh, ich habe gerade aufgedacht. Oh, ich habe gerade aufgedacht. Also jetzt, dann hätte ich aufgehört. Boah, das wäre jetzt echt bitter gewesen. Alter. Also da haben wir jetzt echt zu weit gewesen, dass wir sagen, okay, wir hören auf. Also, jetzt wäre es zu heftig gewesen. Na, dann nehme ich ihn halt, wenn keiner von euch drei Lust hat. Na, dann nehme ich ihn halt, wenn ich ihn sicher bin. Gut aufgehalten, Doktor. Ach. Ja. Ich glaube, da habe ich gut verteidigt. Ja, ja. Nimm ich hier. Feenfolge kommt. Ja, das stimmt durchaus. Der P-Blitzer wäre stolz auf mich. Für der ja. Kommt der schon wieder? Dann verdrück ich mal kurz das Tor. Schön. Jetzt dreht der mich auch noch. Gibt es doch alles nicht. Der kommt zu den. Ach, Doktor. Jawohl, nein, der Pass. Läuft doch. Jetzt aber. So muss es. So langsam. Kommen wir der Sache. Erster Sieg näher. Verschrei es nicht. Ich habe nur gesagt, wir kommen langsam näher. Ja, also. Alles, alles tut ihr. Klaust du mir gerade? Saft, zack. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Habe ich. Habe ich mitgehauen. Habe ich. Jawohl. Ich habe nicht so noch einen Zweiten am Schicht gekriegt. Oh, nein. Nein. Nice. Sauber. Kommt, John. Nein. Jetzt, Doktor. Flieg und. Flieg und sieg, Doktor. Das war bloß leider in die falsche Richtung. Oh, sorry. Alles cool. Nein. Er war vor mir. Achtung. Oh, wie hat er denn nochmal erwischt? Er war knapp. Nein. Er hat wieder gedreht. Oh, ich hatte gerade einen kleinen Leck. Oh, je, je. Uh. Oh. Okay, jetzt wollen wir das Rocket League klicken bei uns auf der Seite. Nice. Ich muss mal eben den Boost hier holen. Ach so, okay. Warte, der kommt schon wieder. Ach Gott, wir haben ihn in denen gewischt. Ja, genau. Und jetzt in dem Moment trifft er einmal richtig. Nice. Ach ja. Die ganze Zeit ist er zu blöd, ihn zu treffen. Und dann, bumm, ach, jetzt treffe ich ihn halt mal. Und jetzt kann ich es halt. Ich bin Goofy. Er hat gesehen, dass du vorbeikommst. Ich dachte, nee, dem Chili gerne ich es nicht. Wie habe ich den verfehlt? Ja, das ist mein Dockens Boost. Jetzt werde ich hier gegen den Ball. Oh, Dr. Ah! Wo warst du, Chili? Ich war da! Ich wollte ihn nehmen, aber da habe ich dich gesehen und habe gedacht, okay, du triffst ihn. Ach, was? Sichere Bälle, ich? Ja, was soll ich machen? Ich und sichere Bälle? Ich habe halt einfach gedacht, okay, du hast ihn. So, kommt wieder vor zu euch. Ja, der sieht schon mal gut aus. Ach, Mist. Ich fühl dich hat er denn wieder. Natürlich habe ich den wieder nicht. Gut. Nein. Wie ist denn der gesprungen? Das gibt es doch alles nicht, ey. Alter, Alter. So ist der da gelandet. Von Chili zur Doktor und dann bin ich vorbeigesprungen. Also, heute ist nicht unser Tag. Nee. Vielleicht setzt es doch mal. Nee. Nee. Oh, Mann. Oh, jo, jo, jo. Können wir uns mal alle drei nur Orphei kurz geben? So langsam wird es kriminell. Wir geben uns jetzt einfach mal alle nur Orphei. Chili, was ist da los? Chili, was ist da los? Ja, ich wurde von irgendeinem Doktor so drei, viermal so anal penetriert. Ja, 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 ja. Das letzte Mal, du. Das war auch dieses Mal. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das wird wahrscheinlich laufen wie bei Orphei Watch. Warte mal ab, jetzt sind Brinks auf, jetzt geben wir zwei Folgen. Warte mal ab. So, dann will ich sagen, dann war es das für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut da rein und tschau. Tschüss. Tschüss.